Und ich will, dass es die Los Vochos das ganze Jahr übergibt. Aber manchmal gehen Träume einfach nicht in Erfüllung. Ich war zehn Jahre bei den Special Forces. Denkst du, wir sind nicht rausgesprungen wegen einer leichten Brise? Du bist mittendrin in der Scheiße! Popelbremse! Ich brüll nur rum, um die anderen zu beeindrucken. Ich pass gut auf dich auf, Zuckerbärchen. Lennart! Auf geht's!